So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wrath of Fire. Heute mal ohne Daken leider, weil er nicht die Zeit hat. Warum steht Nina eigentlich hinten? Egal. Dam, 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 dam. Ging's hier lang? Okay, von hier kam ich. Okay, gut, 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 gut. Irgendwo ging das hier wieder hoch. Ah, da war das. Okay, gut. Okay, als Mautspinne! Störbspinne! Hey, hey, bloß! Okay, gut. Ähm, ja, was ist passiert die letzten Tage? Nicht so viel eigentlich. Ich muss mal eben meine, meine, ja, so. Ich muss jetzt, äh, glaube ich, in die Spitze dieses Turms, weil wir den Vater von Nina retten müssen, ne? Korrekt. Jetzt stirb! Stirb! Okay. Okay. Slam! Okay, das Monster hat Kraut liegen gelassen. Wow! Incredible! Ich hoffe, ich renne gerade nicht zurück. Ich hoffe, ich renne gerade nicht zurück. Ich hoffe, es ist inständig. Ich habe gerade das Gefühl. Oh, Käfer! Bitte vergiftet mich nicht. Danke. Dam, 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 dam. Ihr scheiß Spechte! Ihr kriegt jetzt meine Rechte! Ah! Okay, haut rein. Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe das Gefühl, ich gehe zurück! Pamininam, warum? Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss! Das ist der Fall von Verirrt. Ich habe dieses Spiel im Monat oder so nicht gespielt! Bitte lasst mich hier nicht zurückrennen! Ja, ja, ist okay, Jungs, ist okay. Ja, ich habe Kraut ins Gesicht gesch... Okay, gut, ich bin hier richtig, doch. So, Moment, ich bin links reingesprungen, ich erinnere mich. Ja. So. Aber jetzt geht es weiter. Ab hier werde ich auch auf jeden Fall... Mal... Objekte... Meine Krautstecks benutzen. Einfach nur, weil ich so viele habe. So, mal gucken, wo wir hier raus... Oh, da ist noch ein Kampf. Ja, komm, ich muss diese Kämpfe jetzt nicht in voller Länge ziehen. Ich muss das mal zeigen, glaube ich, weil, äh, ich meine... Schnabel! Na? Ein neuer Morte! Hallo, Morte! Nein, Morte? Mein Bruder! Nein, was ist der Tod denn? Mein Bruder hat das Tor bewacht! Was hast du ihm angetan? Wer ist das denn? Das ist Mortea! Oh! Oh! Hallo! Hallo! Ach ja, sie hat einen neuen Zauberer gelernt. Verbessere Verteidigung. Mein Glück! Kann er zaubern? Power up! Mal gucken, wie viel Damage er jetzt macht. Den hast du dann noch gleich heilen. 14! Oh, 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 oh! 50 HP wieder her. Auf jeden Fall. Und du haust einfach nochmal drauf und du haust auch nochmal drauf. Genese! Wenn du immer auf diesen Tybi rauf haust, Mortea, dann kriegt er von mir auch noch einen Rüstungs-Buff. Und dann kriegst du aber richtig einen Einlauf. Zu Stein! Oh, 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 oh! Jetzt kommt der Vogels auf den anderen. Ganz plötzlich. Okay, du willst das Spiel mit mir spielen. Spiel mir das Spiel! Boah! Ich darf dich jetzt echt durchgehend heilen, weil er macht so viel Damage an ihm. Nina ist jetzt echt nur noch zum Heilen da. Weil die so viel Schaden fressen von diesem Mortea. Macht ihn kaputt. Und die Runde werde ich jetzt komplett angreifen können, denke ich. Mortea scheint okay! Slam! Oh, oh. Tötet ihn! Gut, danke. EP Plus! Kein Level Up! Okay. Das heißt für mich jetzt wieder Kräuter fressen? Dam, dam, dam. Okay, ich bin hier irgendwo auf irgendeiner Spitze von irgendeinem Turm. Cool. Cool, ja, Scheiß! Dam, 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 rennen! Okay, wir können nicht mehr zurück, obwohl wir fliegen könnten. Ich meine, wir haben doch Flügel, oder? Hallo! Na, wie geht's euch? Hilfe, der Zaun, meiner benutzt mich als Versuchskalchen für den Trank! Du kannst eine Brücke erscheinen, dass du neben dir den Schalter drückst! Hilfe! Nein, 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 nein! Lass dich nicht vorbei! Wuhu! Dam, 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 dam! Ah ja! Ah ja! Will ich nach oben? Dam, 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 dam! Oh gut, Speicherstand! Möchtest du mir deine Geschichte erzählen? Auf jeden Fall! Hau rein! Mal gucken, wo das hier hingeht! Wuhu, auf dem Dach! Hallo! Okay, hier ist nix! Muss ich vielleicht später hin? Man weiß es nicht! Nochmal auf den Schalter drücken! Jo, haut rein! Oh, hi! Ein Schatz! Heil! Oh! Hi! Ihr wart doch zu schwach, oder wie war das? Hau rein! Unschön! Auf Gift habe ich jetzt gar keinen Nerf drauf! Okay! Objekt! Moment! V-Trainer? Nein, Gegengift! Okay! Braucht irgendjemand HP? Nö, das geht alles noch wunderbar! Okay! Weiter geht's! Dam, 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 dam! Oh man! Schluck Spechte! Nina, 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 Nina! Attacke! Haut rein, ihr scheiß Spechte! E-P-Plus! Ja, ähm... Ich bin mal gespannt, was hier auf uns lauert! Wer da einer der Schurke ist! Es ist bestimmt irgendein Schurke... Das Gegenmittel muss in diesem Raum sein! Wir müssen erschwinden! Wir wollen hier verschwinden! Okay! Zauberer! Wo sind meine Testexemplare? Wer hat sie freigelassen? Ich kann nicht zulassen, dass der Zauberer Menschen für sein Experiment nimmt! Ah, ein unerwarteter Gast! Dein Besuch kommt sehr gelegt! Ah, Gas! Es ist das Xenon-Gas! Das stimmt, Vogel! Deine Kräfte sind nutzlos! Yo! Ich hab das Gefühl, den Kampf kann ich nämlich nicht gewinnen! Ja, den Kampf kann ich nicht gewinnen! Ist okay! Da werde ich jetzt keine Kräuter oder irgendwas verschwinden! Ich hab so ne Vermutung, was mit der Story dann passieren wird! Ich klinge den Schurke ab! Hol Hilfe! Ich werde sie beschützen! Ich kann euch hier nicht allein lassen! Geh! Mach, dass du hier rauskommst! Halt durch! Was hast du getan? Er ist entkommen, dafür willst du bezahlen! Ja, ich weiß, ich kann nicht gegen dich gewinnen! Yo! Yo! Ich hab einen Schrei gehört! So spät! Du bist am Ende! Was? Ich kann eine Armee, geflügelte Soldaten mit dem Xenon-Gas besiegen! Jetzt beende ich das Experiment mit der Prinzessin als Testperson! Das lassen wir nicht zu! Außer ein! Deine Mühe wird vergebens sein! Dum 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 dum! Oh, oh! Unschön! Flieg, kleiner Vogel! Flieg! Flieg, Polly! Wo ist das denn? Was ist das denn hier los? Was ist denn hier noch wurde gefangen? Das ist das Werk des Tauers, wir müssen ein Rüstungsfroden anfangen! Aber Herr Zauberrat, dass wir hier oben da sind, das für uns gibt, die hier ist! Will ich keine Fremden aus dem Burg uns helfen! Nein! Moin! Moin! Ich will ein Rüstungsfroden anfangen! Ich will ein Rüstungsfroden anfangen! Okay! Moin! Alles fett? Hilfst du uns? Jo! Danke! So einfach ist das! Ein Rüstungsfroden zu sagen, ich bin mir nicht mehr traurig gegangen! Jetzt ein kleiner Sprachfehler! Was sagt denn mein Equip? Habe ich denn das Equip von Nina? Jo! Jo! Alles okay! Alles okay! Da kann ich wunderbar mit kämpfen! Mal gucken, was hier so die Ausrüstungsläden mir so sagen! Falls ich mir jetzt irgendwas nicht leisten sollte... Leisten... Sollte können, was mir etwas bringt! Und? Oh! Ah! Tolles Equip! Habe ich ja noch gar nicht! Okay, die hilft einem nicht weiter! Und gucken, ob hier irgendwas Geiles ist! Ei! Kann ich dir helfen! Objekt! Ah ne, der ist hier nur so der Bankier, da kann man Sachen einlagern! Aber brauche ich nicht! Wie kann ich dir helfen? Nebel! Nebel! Es gibt einige HP... Ach, Kraut! Ich habe gerade zweimal Nebel gelesen! Charm! Du wirst wieder normal! Will ich aber gar nicht! So, einen neuen Nebel, falls ich mal irgendwo flüchten muss! Brauche ich noch! Auf jeden Fall! Anno! Ich grüße mir bei dir! Ich grüße dir meine Mannerschwester! Brrrr! Oh, rein! Okay! Unser Plan ist es! Los geht's! Spring auf meinen Rücken! Du kannst auf mir reiten! Oh, das sagen Frauen auch oft! Ahem! Dum-da-dam-dam-da-dam-da-dam-da-dam! Dum-da-dam-da-dam! Okay! Kampf! Lass uns fliegen! Ah, okay! Die halten die auf! Damit ich zur Burg durchkomme! Dum-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam-da-dam! Okay! Hauf sie rein! Die Krieger! Alter, die Prinzessin! Wir kämpfen gegen die Truppen des Zauberers! Ah! Ey! Cool! Cool! Du bist dabei! Du bist der Man! Neon trinkt das saubere Wasser! Uh! Uh! Die Kinder sind weg! Ole, ole! Na, 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 na! Wollen wir wie viel Damage Leon an denen macht? Wie unsere tolle Wache! Oh! Leon macht Damage! Konter! Cooler Scheiß! Und das ist, glaube ich, so eine Ultra-Wache! Die hält übelst viel aus! Cool! Cooler Scheiß! Gefällt mir! Dum-dam-dam-dam-dam-dam-dam! Okay! Dum-dam-dam! Aber Leute, ich glaube, nach diesem Kampf mache ich einen kurzen Schnitt! Wir sehen uns dann demnächst wieder! Und ich werde einfach noch ein bisschen ausspielen hier, trainieren, denke ich! Halte ich für am sinnlichsten! Deswegen, in aller Schöne, over and out! Ich alle respecto, den II und in allem Anadol зав protect. Und ich gebe Lal pass auf den FeldБudel. Und dann gab es uns den einen Alb overlapping GO! Und dann geht es in der convert Momber Carlo da nach sacrifices! Vielen Dank.